Meine Geschwister, wie verschieden wir doch sind. Aber wir gehören auch zusammen. Und was auch immer geschieht. Auf meine kleine Schwester Kitty. Das kann uns niemand nehmen. Tja, Tja, Tja. Wer ist das? Ist mit Justin hier? Netter Vorbau. Manchmal sind die Menschen, die wir am meisten lieben. Oh, es ist wundervoll, wenn sie endlich im Bett sind. Kinder? Ich rede von unseren Eltern. Gerade die, die wir am wenigsten kennen. Du hast dich in den letzten drei Jahren geweigert, an meinem Leben teilzunehmen. Hast kaum mit mir gesprochen. Ich konnte nicht. Aus Angst, Dinge aussprechen zu müssen. Sprechen wir sie jetzt aus. Manche Familien sind alles andere als perfekt. Nichts passiert. Doch gerade sie Und aus welchem Grund bin ich immer die Letztin dieser Familie, die erfährt, wenn irgendetwas los ist. Was wir dir nicht sagen, Mann, würde die Kongressbibliothek füllen. Erinnern uns an unsere eigene Familie. Wir streiten uns. Davon geht die Welt nicht unter. Willst du nicht nach Hause kommen? Brothers and Sisters Die erste Staffel auf DVD Die erste Staffel überde w кошころ peekskorgen. Tryst für dich zu